Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frag den Imam. Heute mit einer sehr wichtigen und kontroversen Frage. Muss man als Muslim eine Rechtsschule befolgen oder nicht? Mein Name ist Farid Haider. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Es gibt kaum ein Thema, was so kontrovers diskutiert wird unter den Muslimen, wie das Thema Madhab, Rechtsschule. Bin ich eigentlich als Muslim verpflichtet, eine Rechtsschule zu befolgen? Oder ist das vielmehr eine Bid'a und sollte ich direkt auf Koran und Sunna zurückgreifen? Und das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, inshaAllah ta'ala. Und ich bitte euch wirklich, das Video bis zum Ende anzuhören, damit ihr auch eine Gesamtübersicht zu diesem Thema habt. Weil wir auch gerade am Ende des Videos auf wichtige, praktische Fragen für uns Muslime in unserem Alltag hier in Europa eingehen werden, inshaAllah ta'ala. Grundsätzlich müssen wir zunächst erst einmal verstehen, dass es zu diesem Thema zwei Extrempositionen gibt. Die erste Position sagt, man muss als Muslim eine Madhab befolgen, man wird regelrecht in die Madhab hineingeboren und man darf ihn nur in Extremsituationen wechseln und muss bis zu seinem Tod an diesem Madhab festhalten. Diese Position hat dazu geführt, dass über Jahrhunderte hinweg Muslime vor der Ka'be im Al-Haram im Mekki nicht zusammen gebetet haben, sondern jeder Madhab seinen eigenen Imam hatte und sie hintereinander die Gebete vollzogen haben. Das wird historisch so überliefert und das war wirklich über Jahrhunderte so gewesen. Und dass man sich Fragen gestellt hat, wie darf eigentlich eine shafiitische Frau einen hanafitischen Mann heiraten. Völlig absurd, aber solche Fragen wurden wirklich gestellt. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist wiederum, wir brauchen die Madhab überhaupt nicht. Ja, das Befolgen der Madhab ist eigentlich nicht einmal gestattet, sondern wir Muslime müssen direkt auf Oran und Sunni zurückgreifen und direkt aus Koran und Sunni dann unsere Rechtsnormen und Urteile herleiten, die wir zu befolgen haben. Und deswegen sollten wir die Madhab, die Rechtsschuld, alle beiseite legen und uns am besten einen Koran in die Hand nehmen und Sahih al-Bukhari und daraus dann jeweils einen Hukum, das heißt eine Rechtsnorm entnehmen und dies dann befolgen, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass man ihn und den Gesandten befolgen muss. Und das hat dann teilweise Auswirkungen, wie, dass sich die Leute lustig machen über die Madhab, dass sie sagen, man darf bestimmte Meinungen nicht befolgen oder bestimmte Imame hatten eigentlich keine Ahnung gehabt, sie haben sich nicht wirklich auf Koran und Sunni gestützt. Solche Dinge hören wir und es entsteht eine Art Willkür in dem, was man tut. Wir wollen uns insha'Allah wa ta'ala, meine lieben Geschwister, heute fragen, was sagen eigentlich die Gelehrten dazu? Auch unter den Gelehrten gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber wir werden sehr, sehr schnell merken heute insha'Allah wa ta'ala in diesem Video, dass die Meinungen eigentlich gar nicht so weit auseinander gehen. Und damit wir uns an dieses Thema richtig herantasten, müssen wir uns zunächst erst einmal mit einem Begriff beschäftigen, nämlich mit dem Begriff Madhab. Was ist überhaupt ein Madhab? Madhab kommt von dem Verb Zahabah. Und Zahabah ist gehen, das heißt mit anderen Worten, einen bestimmten Weg beschreiten. Und was ist ganz konkret jetzt damit gemeint? Madhab wird ja immer als Rechtsschule übersetzt. Gemeint ist damit die Methodologie, das heißt die Vorgehensweise eines bestimmten Gelehrten, der dann daraufhin Anhänger hatte, die seine Vorgehensweise und Methodologie übernommen haben, um aus dem Koran, aus der Sunna, das heißt aus den primären Quellen des Islam, dann für die Muslime Rechtsnormen herzuleiten. Also zu sagen, ob eine Sache halal ist, erlaubt ist, oder ob sie verboten ist, ob sie gültig ist, wie ein beispielsweise Handelsvertrag, oder ob sie ungültig ist. Nur als Beispiel. Das ist ein Madhab. Und in diesem Sinne haben die Gelehrten gesagt, dass eigentlich ein normaler Muslime, der sich nicht auf dem Fiqh, das heißt auf die islamischen Rechtswissenschaften, die islamische Jurisprudenz spezialisiert hat und diese studiert hat, dementsprechend auch keinen Madhab haben kann. Weil wann kann ich davon sprechen, dass ich ein Maliki bin? Also die malikitische Madhab befolge. Oder ein Shafi'i. Wenn ich mich wirklich intensiv mit den Grundlagen dieser Rechtsschule, dieses Madhabs beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe. Wenn ich verstehe, wie Imam Malik ganz konkret seine Urteile hergeleitet hat, dann kann ich sagen, ich bin Maliki. Aber wenn ich ein Ami bin, das heißt jemand, auf Deutsch übersetzt, der ein Laie ist, der sich mit dieser Sache überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, der noch nie ein Fiqhbuch in der Hand gehalten hat, dann kann ich nicht von mir sagen, ich bin Shafi'i oder ich bin Hanbali oder ich bin Maliki. Das ist das allererste, was uns zunächst erst einmal klar sein muss. Und deswegen haben die Gelehrten eine Regel festgelegt, in der sie gesagt haben. Und wir werden unter Allah unten noch einmal die jeweiligen Zitate dann auch nochmal in den Text verlinken, damit man auch das nochmal selbst nachprüfen kann. Inshallah. Al-Ammi la mذهaba lahu. Der Laie hat kein Madhab. Al-Ammi la mذهaba lahu. Der Laie hat kein Madhab. Warum? Weil er einfach nur Taqlid macht. Das heißt, er befolgt einfach die Gelehrten, ohne ihre Argumentation wirklich nachvollziehen zu können. Es ist genauso, nur damit es etwas klarer wird, wie wenn ich zum Arzt gehe und ich kenne mich mit Medizin überhaupt nicht aus. Ich vertraue dem Arzt einfach. Ich vertraue seiner Diagnose. Lasse mich sogar operieren aufgrund seiner Diagnose oder auf Grundlage seiner Diagnose, ohne wirklich nachvollziehen zu können, wie er das begründet hat. Ich versuche es nachzuvollziehen. Aber ich habe selbst nicht Medizin studiert. Und genauso ist es auch mit einem Al-Ammi. Er befragt einen Gelehrten und hört das dann und befolgt es dann, auch wenn er die Argumentation des Gelehrten, wie er das eigentlich hergeleitet hat, nicht wirklich nachvollziehen kann. Das ist der erste wichtige Punkt, mit dem wir uns bei dieser ganzen Sache auseinandersetzen müssen. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Was sollte nun ganz konkret ein einfacher Muskel machen? Ein einfacher Muskel, er sollte, wie es Allah Ta'ala im Koran von den Muslimen verlangt hat, die Spezialisten befragen. Die Leute der Ermahnung, wie es im Koran heißt, zweimal. So befragt die Leute der Ermahnung, also die Spezialisten, die sich in diesem Bereich auskennen, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Und genau das ist die gängige Praxis seit der Zeit unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam bis in unsere heutige Zeit. Dass man die Gelehrten befragt, die um einen herum sind und denen man auch Vertrauen schenkt. Genauso wie bei einem Arzt. Ich gehe zu dem Arzt, dem ich Vertrauen schenke und der in der Regel auch in meiner Nähe ist. Und so ist es auch im Bereich des Fiqh. Ich frage den Gelehrten, den ich erreichen kann und dem ich vertrauen kann. Und deswegen kommt jetzt eine weitere wichtige Regel, welche die Gelehrten aufgestellt haben. Und zwar Die Rechtsschule des einfachen Muslims, des Laien, ist die Rechtsschule seines Muftis, also derjenige, der ihm dann diese Frage beantwortet. Und genau aus diesem Grund haben wir beispielsweise in der Türkei vorwiegend sogenannte hanafitische Muslime. In Marokko vorwiegend malikitische Muslime. Nicht, weil sie selbst malikiten sind, weil ein Ami, ein Laie kann kein Method befolgen. Sondern, weil in ihrer Region und in ihrem Land, in dem sie leben, malikitische Gelehrte sind. Oder hanafitische Gelehrte. Oder wenn sie in Saudi-Arabien leben, hanbalitische Gelehrte. Oder wenn sie in Indonesien leben, shafiitische Gelehrte. Und genau das ist auch die richtige Herangehensweise, dass ich die Gelehrten frage, welche sich mit meiner Situation auskennen. Damit ich sich plötzlich eine Fetua bekomme, welche völlig fremd ist. Weil wie soll ein Gelehrter, der mehrere hundert oder tausend Kilometer von mir entfernt lebt, meine Situation in meinem Land kennen? An dieser Stelle stellt sich eine andere wichtige Frage. Und zwar, kann ich eigentlich jetzt die Rechtsschulen miteinander mischen? Also, dass ich Gelehrte frage aus unterschiedlichen Rechtsschulen und dann im Grunde genommen von der Rechtsschule etwas habe in einem Bereich und von der anderen Rechtsschule in einem anderen Bereich etwas habe und deshalb auf Arabisch Telfiq, also zusammennähen, zusammenflicken. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Grundsätzlich ist das erst einmal möglich. Weil am Ende kommt es darauf an, dass ich Allah und den Gesandten befolge. Und die Meinungen der Gelehrten und auch der Rechtsschulen sind am Ende nur Mittel zum Zweck. Sie ermöglichen es mir, auf beste Weise Allah und den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi zu befolgen. Jedoch muss ich auf bestimmte Dinge Acht geben. Das Erste, worauf ich Acht gebe, ist meine Absicht. Warum mache ich das überhaupt? Mache ich das, um mir dann immer die Meinung einzuholen, die meiner Neigung entspricht? Das wäre falsch. Und Allah erkennt meine Neigung. Und er weiß ganz genau, was meine Absicht ist. Und das ist dementsprechend dann auch verboten, wenn ich es mit dieser Absicht mache. Das Zweite, worauf ich Acht geben muss, ist, dass ich mir nicht etwas zusammenmixe, was überhaupt keine Grundlage hat und was überhaupt kein Gelehrter sagt. Und das kann ich verhindern, indem ich wirklich bei jeder Sache jemanden befrage, der fundiertes Wissen hat und dann ihn in dieser Frage befolge und somit auf der sicheren Seite bin, dass ich nichts Falsches mache. Eine weitere Frage, die aufkommt, ist natürlich, darf ich eigentlich jetzt eine Rechtsschule befolgen? Ist das möglich? Ja, es spricht nichts dagegen. Die Gelehrten haben gesagt, der Glied, das heißt, dass ich einfach eine Rechtsschule befolge, das ist durchaus möglich. Und das kann man machen. Das kann auch eine große Erleichterung sein, beispielsweise, wenn es darum geht, das Gebet zu erlernen oder zu fasten. Das ist eine sogenannte Ruhse, das heißt, eine Erleichterung für die Muslime. Aber man müsste sich mal vorstellen, dass jeder Muslim selbst immer wieder entscheiden müsste, welche Meinung er jetzt zu befolgen hat und welche Meinung jetzt näher am Koran und der Sunde ist. Das ist sehr, sehr schwierig für einen Army, eigentlich schon fast unmöglich für einen Army, also für einen Laien. Und dementsprechend ist es natürlich möglich. Aber wir müssen uns über eine Sache im Klaren sein, dass das Befolgen einer einzigen Rechtsschule heutzutage in der Regel nur möglich ist in bestimmten Bereichen. Das heißt, beispielsweise in den Bereichen der Ibadat, also der gottesdienstlichen Handlung. Wie ich bete, wie ich faste, wie ich die Hatsch vollziehe. Wenn wir uns aber andere Bereiche anschauen, die sogenannten Moamelat, die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn es beispielsweise um Handelsverträge geht, wenn es um Fragen der Ehe geht, etc., dann stößt man, wenn man nur eine einzige Rechtsschule befolgen möchte, häufig an seine Grenzen in unserer heutigen Zeit. Und in der gängigen Praxis heutzutage ist es so, dass man auch als Imam sich in der Regel nicht mehr nur auf eine einzige Rechtsschule stützt, sondern sich häufig auch auf das stützt, was in internationalen gelehrten Gremien dann auch festgelegt wird. Weil es gibt viele Fragen der heutigen Zeit, auf die eine Rechtsschule nicht mehr eine Antwort geben kann, sondern wo man manchmal sogar über die vier Rechtsschulden hinaus nach Meinungen suchen muss, weil es gibt ja nicht nur diese vier Rechtsschulen, das sind die etablierten Rechtsschulen, es gibt ja noch andere Meinungen außerhalb dieser vier Rechtsschulen. Und ich möchte nur ein gängiges Beispiel nehmen aus unserer heutigen Zeit, womit man gerade auch als Imam immer wieder konfrontiert wird, wenn es beispielsweise um die Frage der Scheidung geht. Nur ein Beispiel, viele, gerade unter arabischen Scheidung in einer Sitzung dreimal aus. Dann kommt der Mann zu dir und er bereut das und sagt, ich habe das eigentlich gar nicht so gemeint, ich habe das gemacht und bereue das jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt nach der Meinung der vier Rechtsschulen geben würde, würde diese Ehe geschieden sein. Das heißt, du hast eine Familie getrennt. Man kann sich vorstellen, was es bedeutet, gerade auch für Menschen in Europa in einer nichtmuslimischen Gesellschaft. Und aus diesem Grund greifen viele Imame, und ich gehöre dazu, auch auf Meinungen außerhalb der Vierrechtsschulen zu. Wie beispielsweise die Meinung von Scheich und von Taymir, dass dieser Talak entweder gar nicht gilt oder nur als einmal gilt. Das hat schon viele Familien gerettet. Man könnte jetzt natürlich sagen, man muss strikt die Meinung der Vierrechtsschulen befolgen. Aber wenn es Meinungen gibt, die gut begründet sind, außerhalb der Vierrechtsschulen und ich damit Alhamdulillah eine Familie retten kann, vor dem Auseinanderfallen, dass man nicht weiß, wo die Kinder dann später landen werden, die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, dann tut man das natürlich. Und daran erkennen wir, dass es nicht mal so einfach ist, nur eine einzige Rechtsschule zu befolgen. Und dass das meistens nur möglich ist, in einem bestimmten Bereich, der dich individuell betrifft, aber nicht mehr in dieser komplexen Welt, wo man auch komplexe Antworten benötigt und auch manchmal bestimmte Meinungen, selbst wenn die Vierrechtsschulen das sagen, überdenken muss, um Antworten für unsere heutige Zeit zu finden. Der letzte Punkt, mit dem ich abschließen möchte und verzeihe dieses lange Video, ist, wie sollte man eigentlich als Schüler des Wissens mit die eigentlich über die letzten Jahrhunderte immer praktiziert wurde, nämlich, dass jemand, der den Fiqh studieren möchte, dies auf Grundlage einer Rechtsschule tun sollte. Und das wird eigentlich in der gesamten islamischen Welt, an den Universitäten auch immer gemacht. Warum? Weil ich kann nicht direkt auf den Koran und die Sunni zurückgreifen oder mir gleich alle vier Rechtsschulen nehmen und vergleichende Fikh Wissenschaft betreiben, wenn ich noch nicht einmal das Korans gleichzeitig zu lernen, wenn ich noch nicht einmal den Koran richtig lesen kann. Und dementsprechend, wenn du dich wirklich mit dem Fiqh beschäftigen möchtest, dann tu das auf Grundlage eines Methebs. Und so haben es die großen Gelehrten über Jahrhunderte getan. Deswegen haben wir immer wieder auch von großen Gelehrten, die auch Meinungen vertreten haben, außerhalb der vier Rechtsschulen, immer und so weiter und so fort. Und last but not least, meine lieben Geschwister, noch ein ganz wichtiger Ratschlag. Diese Rechtsschulen sind eine Art Erleichterung für die Muslime. Meinungsvielfalt und dürfen niemals zu Streit unter uns führen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, Extreme sind niemals gut. Weder das eine Extrem noch das andere Extrem, sondern meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und es lohnt sich nicht deswegen zu streiten. Möge Allah Ta'ala uns den richtigen Weg aufzeigen. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.